Winternacht Nicht ein Flügelschlag ging durch die Welt, Still und blendend lag der weiße Schnee. Nicht ein Wölklein hing am Sternenzelt, Keine Welle schlug im Starnsee. Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf, Bis sein Wipfel in dem Eis gefror. An den Ästen klomm die Nix herauf, Schaute durch das grüne Eis empor. Auf dem dünnen Glase stand ich da, Daß die schwarze Tiefe von mir schied, Dicht ich unter meinen Füßen sah, Ihre weiße Schönheit glied um glied. Mit ersticktem Jammer tastet sie An der harten Decke her und hin. Ich vergeß das dunkle Antlitz nie, Immer, immer liegt es mir im Sinn. Nicht ein Flügelschlag ging durch die Welt, Still und blendend lag der weiße Schnee. Nicht ein Wölklein hing am Sternenzelt, Keine Welle schlug im starren See. Erstarrte Winterlandschaft eben, Und unser Blick wird direkt auf den starren, Also zugefrorenen See gerichtet. Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf, Bis sein Wipfel in dem Eis gefror. Der Seebaum, Also ein Baum, der vom Grund des Sees aus Nach oben wächst, Ist eine eigenartige Erfindung Kellers Und keine aus Legenden oder Märchen Überlieferte Erscheinung. Bei allen möglichen Zuschreibungen, Etwa als Phallussymbol für einen eingefrorenen, Also unterdrückten Trieb, Wichtig erscheint er mir, Um das folgende Bild zu ermöglichen. An den Ästen klomm die Nix herauf, Schaute durch das grüne Eis empor. Die Nixe kennt man aus Legenden und Märchen. Sie ist in der Regel als Undine Oder kleine Meerjungfrau Eine erotische Verführung, Die immer für mindestens einen Beteiligten, Meistens für den ihr verfallenen Mann, Oft auch für sie selbst, Verhängnisvoll endet. Warum lässt Keller sie einen Baum hochklettern? Damit lenkt er zumindest Von der typischen Unterhälfte einer Nixe, Dem Fischschwanz, ab. Kellers Nixe hat also Beine. Auf dem dünnen Glase stand ich da, Daß die schwarze Tiefe von mir schied. Auf dünnem Glase, Warum nicht auf dem sprichwörtlichen dünnen Eis? Das Eis würde drohen zu brechen, Das Glas ist aber offenbar unzerbrechlich. Dünn ist das Glas, Damit die Nixe möglichst nah herankommen kann, Ohne daß deswegen ein körperlicher Kontakt möglich wäre. Das Glas scheint aber auch Rettung vor der schwarzen Tiefe, Also dem Verhängnis zu sein. Dicht ich unter meinen Füßen sah ihre weiße Schönheit Glied um Glied. Darum ist es wichtig, daß sie Beine hat, Auf daß die erotische Vision vollkommen ist, Ohne daß der schöne nackte Frauenkörper An der entscheidenden Stelle in einen Thunfisch übergeht. Mit ersticktem Jammer tastet sie an der harten Decke her und hin, Ich vergesse das dunkle Antlitz nie, Immer, immer liegt es mir im Sinn. Beide Seiten leiden an der Unmöglichkeit sexueller Erfüllung. Wenn es eine reine Traumvision ist, Leidet der Erzähler an der unwiderstehlichen Sehnsucht danach, Bei gleichzeitiger Furcht vor dem damit verbundenen, Immer drohenden Verhängnis. Dabei sicherlich keines, das der Frau anzulasten wäre. Die Literatur ist voll von solchem Verhängnis, Dem das jeweilige Paar in aller Unschuld gemeinsam anheimfällt. Das Gedicht ist aber auch geeignet, Eine tatsächliche Begegnung wiederzuspiegeln. Ein einander nicht oder vielleicht doch ausgesprochenes Begehren, Dem sich beide oder auch nur er aus berechtigter Furcht vor den Folgen versagten. Aber diese Versagung bleibt eine Wunde in der Seele, Die sich nicht mehr schließen will. auch noch nicht. von der Seele beinhaltet etwas, ich rufe auf von der Seele. Also, da gibt es einen Schild noch ein paar Jahre. So, gefällt mir so, wie wenn die Begehren mit einer Saison gegangen, hier gibt es einen Schild, auf einer anderen Seite die die Schild. Das ist eine große Herausforderung an vom Seele. Auch wenn ich bin zu sehen, Ich bin zu spätestens in der Nähe, die die umhensionale zu verkaufeln, die es einfachen. Das ist eine Natur zusammenbr 6000. Ich bin zu spätestens heute, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020